Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum vierten Video zu Metal Gear Solid 3. Wir haben Metal Gear Solid 1 angezockt, da sind ja auch VR-Missionen und so drinnen. Wir haben die Bonus-Inhalte, also die allerersten Spiele gemacht. Wir haben zwei gemacht und drei gemacht. Also gerade eben habe ich drei gemacht. Drei und zwei haben HDR, Bonus-Inhalte und Metal Gear Solid Collection 1 nicht. Da haben wir uns ja das Menü schon angeguckt. Hier konnte ich es ja nicht aufnehmen, weil es mir immer aufgehangen hat. Ich möchte euch aber das Menü trotzdem gerne zeigen, deswegen nochmal ein viertes Video. Jetzt ohne HDR, da solltet eigentlich hoffentlich jetzt, also ich gehe ja nicht ins Spiel, weil das Menü konnte ich alles aufnehmen, bloß wenn ich gesagt habe Spiel starten und das erste Video kam. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe schon mehrere Spiele jetzt aufgenommen und das war halt nie. So, oben ist Spieleauswahl logischerweise. Deutsch, Englisch, Spanisch, Japanisch kann man sich ohne herunterladen. Das ist hier bei Herunterladen drin. Da hat man das japanische Sprachpaket. Sonst ist alles Englisch. Also es gibt nur Englisch und Japanisch als Sprachausgabe. Jetzt haben wir halt Englisch und können halt Untertitel auswählen. Nur Metal Gear Solid 1 war deutsch auf der PS1. Und das fand ich danach immer wieder schade und habe immer wieder gehofft, dass es doch wieder deutsch wird. Aber leider nicht. Masterbook, da haben wir natürlich Spoiler. So, wir gehen mal nach vorne. Warnt da natürlich vor. Und das haben wir halt in jeder Collection, haben wir hier so Masterbook. Hier sieht man auch richtig schön. Durch das HDR denke ich mal. Es ist extrem hell. Mir tun fast die Augen weh. Aber die Schrift sieht ein bisschen pixelig aus im ersten Blick. Aber man kann sie definitiv besser lesen als bei der ersten Version. So, Screenbook. Das ist halt. Dann haben wir noch herunterladen. Logischerweise japanisch. Optionen. Sprache. Können wir hier auch nochmal Sprache auswählen. Audio haben wir, was wir auswählen können. Wir haben keine Bildeinstellungen. Die gibt es nur in der Steam-Version. Hinweise, hier habt ihr dann die Patch Notes. Immer wenn ein Patch kam. Wir sind jetzt bei 1.5.0. Da kam halt ein Pause-Menü hinzu. Das hier. Das war vorher auch nicht. So, dann haben wir hier 1.4. Da kam die Audio. Auswählen werden mit gekennzeichnet. Das kam dazu. Was kam bei 1.3? Da steht nur in Englisch da. Ganz toll. Nur Bugfixes und so. Da haben wir noch Credits, Credits, den Credits. So wie ihr kennt. So, rechnen ich in den Datenschutz. Da kommen wir auch wieder auf den Browser. und Lizenz. Logischerweise auch. King Kong, Godzilla. Ja, wenn man das jetzt lesen könnte. Ich muss gleich die Kleine holen. So, und genau so haben wir dann halt hier bei 3 auch. Vom Optischen hier fallen mir 3 und 2 besser in der Collection. Bei, da habe ich das Gefühl, dass da was verbessert wurde. Bei 1 und beim Bonusinhalt habe ich nicht das Gefühl, dass da großartig was verändert wurde. Oder verbessert wurde. Ja, irgendwie sieht es noch schlimmer aus als damals. Aber ich kann, kann es nicht. Es wurde ja was verbessert. Es sieht ein bisschen heller, ein bisschen klarer aus. Hat aber kein 4K HDR. Ja, 4K schon, aber kein HDR. Und die Räte sehen auch aus wie ein Klotz und dann sind da Aufkleber drauf, um irgendwie so einen Anker darzustellen oder so einen Computer. Also so war es aber damals. Da war halt nicht so viel Power da. Aber es ist halt schlecht gealtert. Und es ist halt schade, dass sie da nicht mit KI irgendwie mehr herausholen konnten. Oder ja, Macht haben. Da ist denn 2 und 3 viel besser. Und 3 Snake Eater soll ja, doch 3 Snake Eater. Da soll ja nochmal ein Remastered kommen. Ne, Remake. Ne, Remastered. Ne, Remake. Ne, also soll nochmal neu aufgelebt werden. Wir fangen jetzt diesmal gleich unten an. Nutzungsbedingungen. Kennt da. Lizenz. Kennt da auch. Da steht oben ja Godzilla und so. Ne, geht nicht. Option, Sprache. So wie beim anderen auch. Hier habe ich aber japanisch runtergeladen. Audio. Ist auch eingestellt. Kann man auch Standard wiederherstellen. Hinweise. Hinweise sind die Patch Notes. So, da sind wir auch bei 1.5. Da haben wir hier dann. Und hier steht das einfach. Da, hier. Da. Nur in der Steam-Version. Also, man hat hier praktisch Audio. Online-Manual. Und hier haben wir dann zusätzliche Einstellungen. Audio- und Bild-Einstellungen. Ja, wir haben nur Audio-Settings, wie ihr seht. Auf dem Bild hier abgebildet. Aber es gibt Audio und Bild. Aber Bild ist nur in Steam-Version. So, herunterladen. Da habe ich schon das japanische Sprachpaket heruntergeladen. Das sieht dann so aus. Da kann man raufgehen auf den Store. Ne, habe ich noch nicht heruntergeladen. Dann kann man das downloaden. Das kostenlos sind 5,5 GB. Screenbook ist halt... Screenbook, wie wir eben auch schon gesehen haben. Ja, Masterbook. Ja. Da haben wir dann halt hier Informationen zum kompletten Spiel, logischerweise. Und hier am Anfang... Das ist halt... Der Anfang ist gleich bei allen. bis... Hier. Bis zur Seite 17. Und da ist es dann... Spiel... Mäßig. Seht ihr da ja? Oder? Nee, das ist auch noch gleich. Erst ab hier, ab Seite 23. Da ist es dann halt... World Story. Und da ist dann halt die Story von Metal Gear Solid 3. Ich weiß gar nicht, bei welchem Teil... Wo war denn... Bei welchem Teil war denn... War denn Psycho Mentes, der die Memory-Karte ausgelesen hat? Das war... War das bei Teil 1? Normal Metal Gear Solid 1? Wo es danach auch die VR-Mission gab? Oder kam es... Nee, das müsste dann doch der Teil danach gewesen sein. Metal Gear Solid 2 müsste das doch dann gewesen sein. Mit Psycho Mentes. Oder... Oh Gott, ey... Das ist so viele Jahre her, ey. Haben wir nicht hier bei Charaktere irgendwo vorne? Psycho Mentes? Nee, der ist ja natürlich... Das ist ja nur bei dem Spiel. Aber hier ist kein Psycho Mentes mit bei. Dann halt Spieleauswahl. US-Version können wir wählen. Also wir haben die europäische und die US-Version. Die sind beide englisch. Bloß, dass wir hier andere Sprachen zur Auswahl haben. Und japanisch müsste man dann halt das japanische Sprachpaket das runterladen. Sonst ist jetzt hier englisch, französisch und spanisch zur Auswahl. Und hier haben wir dann... Ja, auch noch italienisch und deutsch. Wir gehen nochmal hier rauf. Damit ihr das jetzt auch nochmal seht. Masterbook. Ach, hier ist wirklich mit Kreis bestätigen. Ach, ist das so nervig, ey. Die scheiß alte Steuerung, ey. So, dann gucken wir mal. Steht da, hier ist... Seht ihr jetzt hier den Unterschied mit der Schrift? Und auch wenn ich hier vorne hingehe. Dadurch, dass das alles etwas dunkler ist, finde ich die Schrift... Och, die Schrift ein bisschen dunkler. Finde ich die Schrift viel, viel schlechter zu lesen. Als halt in den anderen Books. Hier ist halt auch das Gleiche mit... The Boss, Eva... Und dann halt die Story von Teil 1. Cyborg Ninja. Den Cyborg Ninja, den konnte... Da gab es ja damals auch noch irgendein Spiel, da konnte man den nehmen. Und dann kam auch noch Raiden später, der ja auch so war. Also, man kriegt viel die Boten. Ja, wie gesagt, man hat halt Bonus-Inhalte. Eins, zwei, drei. Und dann bei den Bonus-Inhalten sind auch die Spiele von davor drin. Also wirklich ganz alte Karte-Spiele. Aber die Steuerung, ich komme mit der nicht mehr klar. Ich finde auch bei Bonus und Metal Gear Solid 1 nicht irgendwie einen Nährwert. Also es ist nicht besser geworden. Wir haben immer noch die Kack-Steuerung, die Grafik. Wir müssen heute Video angucken. Ja, aber da finde ich, bei 2 und 3 spürt man eine Verbesserung. Das sieht man eine Verbesserung. Bei Metal Gear Solid 1 sehe ich keine Verbesserung. Es ist immer noch eckig, kantig, Kantenflimmern. Da habe ich gedacht, dass sie mit KI irgendwie mehr rausholen. Und nicht das 1 zu 1 hochladen, also so rufklatschen, so wie es damals war. So gefühlt. Und ich habe gehofft, dass sie die Steuerung anpassen. Eine modernere, individuellere Steuerung. Also du kannst ja so machen, dass es so wie früher ist und dann eine neuere Steuerung, dass man auswählen kann. Leider nicht. Auch Bildoptionen. Wir haben nichts an Bildoptionen. Das ist alles nur bei der Steam-Version. Wir können den Ton vom Spiel und hast du nicht gesehen, können wir jetzt mittlerweile ändern. Wir haben ein Startmenü, was manchmal bei mir geklappt hat, manchmal nicht geklappt hat. Weil das ist ja, die Pause-Taste ist halt Foto, Start, diese Pause-Menü. oder die L1 und R1. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich muss den Kopf nicht. Hat es mal geklappt, mal nicht geklappt. Also wie gesagt, Bonus und 1. Naja. Okay, schön, dass er da ist. Aber bei 2 und 3 sieht man das, was verbessert wurde. Definitiv. Aber ich habe auf mehr. Ich habe mehr erhofft. Ich habe mich auf mehr gefreut. und es ist halt schade, dass es halt nicht so viel ist, wie ich dachte, dass es ist. Ja, und 3 Snake Eater soll ja jetzt noch mal als Remastered, nee, Remake kommen. Da bin ich mal gespannt. Also die Bilder, die Videos, was wir hier sehen haben bei der Pressekonferenz, die sahen recht geil aus. Wir haben es ja uns live zusammen angeguckt, im Stream. Die sahen recht geil aus. Und ich hoffe, dass sie dann wieder auf Deutsch machen. Ja, dass es Deutsch wird. Dass wir deutsche Stimmen haben. Ich habe abends, früher habe ich den Untertitel gelesen, ist klar, aber momentan habe ich null Bock auf Untertitel. Null Bock. Ich habe, wenn der Tag anstrengend ist, oder ein langer Tag war, Termine, oder hier was macht, oder keine Ahnung, ihr kennt das alles. Kinder, Frau, Haushalt, das ganze normale Leben halt. Und wenn das scheiße anstrengend abends ist, bis abends ist, oder halt, man ist abends K.O., man will einfach nur ein bisschen entspannen. Da habe ich null Bock, irgendeinen scheiß Text zu lesen. Null. Da will ich mein Headset aufschmeißen, damit ich keinen belästige, und damit ich auch schön laut machen kann. Will ein Spiel spielen, und ich will, was gesagt wird, im Spiel verstehen, ohne irgendeine Scheiße lesen zu müssen, oder beim Autofahren, oder beim Reiten, irgendwo in eine Wallachei zu reiten, weil ich diesen scheiß Text lesen muss. Ich will einfach nur mich berieseln lassen, vom Tag entspannen, und einfach ein schönes Spielergebnis haben. Und nicht diese ganze Scheißleserei, Kackerei, das geht mir auf den Pisser. Ja, dann soll... Wir haben doch in der Playstation schon, dass sie Texte vorgelesen werden. Die Einstellung, Barrierefreiheit, haben wir ja. Warum zum verfickten Teufel gibt es so eine Scheißeinstellung nicht in diesen verkackten Spielen heutzutage? Oder dass man in der Playstation das so einstellen kann, dass diese Vorlesefunktion nur in Spielen, dass man halt sagen kann, hey, Menü, nö. Store, nö. Spiel, nö. Im Spiel, ja. Also Menü und so nicht. Im Spiel sollen Texte vorgelesen werden. Und dass man aussuchen kann, ob auch Geräusche und was weiß ich für Sehbehinderte und so, dass die halt sehr eingeschränkt sind. Ich weiß nicht, wie man dazu sagt, ich will ja gehen zu nahe treten, dass man das halt auch auswählen kann. Aber es muss doch höher zum Teufel möglich sein, dass man sagen kann, wann diese Scheiße angeht. Dass mir nicht im Menü alles vorgesagt wird und hast nicht gesehen, sondern nur, wenn ich diese Scheiß-Spiel drücke, wenn auf Starte das Spiel geht. Dass mir dann das vorgelesen wird, was der Untertitel da sagt. Das will ich. Dann würde es auch Sinn machen. Aber so macht es das Scheiße. Habe ich abends Null Bock, Null, Null, Null Bock. Sag ich euch, so wie es ist, dann setze ich mich lieber hier bei COD Zombie hin und spiele mit Matthias und Twoplay oder Alkalene. Eine Runde Zombie, mache ein paar Zombies-Platten, loote ein bisschen. Da kommt nicht viel über... Das ist auch deutsch, wenn da irgendeiner quatscht, logisch. Aber da kann ich entspannen. Oder irgendein anderes Spiel, wenn Story hat, gibt ja auch ihr Avatar zum Beispiel oder Assassin's Creed oder so. Die sind deutsch. Da kann ich mich abends in Ruhe hinsetzen, anmachen, mich berieseln lassen, meine Aufgaben erfüllen und dann sagen sie mir, erzählen sie mir die Story, ich kann nicht zuhören, ich sehe ein Video, es ist deutsch und dann weiß ich genau, was ich machen soll, ich brauche nicht irgendeine Scheiße lesen und im Spiel, wenn dann irgendein Text kommt, hier, du musst gleich die nächste recht oder du musst die nächste lesen, pass auf, der betrügt dich oder so, muss ich nicht irgendeine Scheiße lesen oder raten, betrügt er mich, weil ich keinen Bock zum Lesen habe in dem Augenblick, nein, das wird mir vorgelesen oder erzählt mit so einer Art Sprecher, das, so kann ich abends entspannen. Aber abends, also wenn du früh um sechs aufstehst, um 20, 30 ist du ich, und du hast den ganzen Tag Action, da ist null Bock irgendwas zu lesen, null, du willst einfach nur entspannen, willst dich vom Tag erholen, willst dich vom Tag entspannen, mit Freunden oder alleine eine Runde zocken und den Spaß haben und nicht hier halbe Romane lesen und vor allen Dingen bei den japanischen Spielen, bei Teil 3 und 2, bei 1 ging es ja noch, 2 war es schon ein bisschen mehr, aber 3 war es extrem, da war ja so viel zu lesen immer und so viel Quatscherei oder Nino Kuni und so, wie sie alle heißen, sind total schöne Spiele, ich habe sie damals gerne gespielt und tagsüber ab und zu, wenn mal Luft ist, spiele ich sowas auch gerne noch, da habe ich die Zeit und die Luft zum Lesen, aber abends habe ich null Bock drauf, null und ich habe mir echt, also die Collection an sich ist gut gelungen, aber ich habe immer noch geführt teilweise, dass es von der PS3 einfach nur hoch genommen wurde, ein bisschen hochskaliert und fertig ist, ich habe halt wirklich mehr erhofft, für die Leute, die die Spiele noch nicht gespielt haben, ist es super, ja, aber die Steuerung ist halt kacke, aber ich habe mir mehr erhofft, mehr Verbesserung bei der Grafik, mehr Verbesserung beim Sound, mehr Verbesserung bei der Steuerung, das wäre schön gewesen, so ist es einfach nur, alte Spiele, aufgewärmt, vielleicht minimal was verbessert, aber ich habe erhofft, dass wir alt spielen können, dass wir extrem geile Verbesserungen mit bei sind, also dass wir im neuen Look spielen können, und dass wir halt alte Steuerungen und neue Steuerungen auswählen können, und das ist alles leider nicht mit bei, es ist einfach nur, so wie damals, einfach zack, bumm, ruf und dann hoch, fertig, ein bisschen verbessert, ja, aber wie gesagt, bei 1 und bei Bonus sehe ich spürbar keine Verbesserung, bei 2 und 3, da sieht man es ein bisschen, aber ich habe viel mehr erhofft, und für Leute, die die PS3 Version schon haben und durch sind, und das jetzt nicht unbedingt für PS4 und PS5 brauchen, können bei der PS3 Version bleiben, denke ich mal, ich kann meine PS3 momentan nicht nutzen, sonst hätte ich das gleich nochmal getestet, aber, ich hoffe, dass sie bei Snake Eater, bei dem neuen Remake, dass sie da, weil die Grafik, die Videos, die sahen geil aus, ich hoffe, da ist mehr drin, ich hoffe, da ist mehr drin, und dass sie da dann weitermachen, weil die anderen Teile waren ja auch geil, und Zero, und was so alles kam, die waren ja auch gut, dass sie das nochmal weitermachen, auch wenn Kojima nicht mehr mit bei ist, aber dann sollen sie es vernünftig machen, und die sollen halt nicht wie andere Entwickler hier, in Game Bezahlung, wie sie jetzt bei Metal Gear Survival hatten, dass sie dann für einen Speicherplatz, oder was war denn das, wo du halt 10 Euro zahlen musstest, wo ich mir so aufgeregt habe, weiß ich ja nicht, musstest du für diese Scheiße extra Geld bezahlen, und Reageld, ich hoffe, dass sie davon weit Abstand nehmen, weit Abstand nehmen, weit, weit Abstand nehmen, das hat in Metal Gear nichts zu suchen, so eine Bezahlkacke, ich will ein Spiel kaufen, will das spielen, und dann will ich nicht da nochmal investieren, bei Online-Spielen, Fortnite, COD, sowas, mit ein paar Skins, oder so, ist okay, verstehe ich, wenn manche das halt wirklich rund um die Uhr suchten, oder nur dieses Spiel suchten, verstehe ich, da ein paar Skins, dass man halt mal was anderes sieht, oder so, verstehe ich, ist okay, teilweise zu teuer, aber ich verstehe es, aber in sowas hat es nichts zu tun, so, ich bin ein bisschen in Rage-Modus gekommen, tut mir leid, könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Sache seht, ich bin jetzt erstmal weg, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, haut da rein, Ahoi, ist ja euer Odin, ach hier, ist ja, ich wollte gerade suchen, im OBS, aber ist ja nicht OBS, ist ja mein Aufnahmeprogramm, die jetzt wirklich, haut da rein, überhaupt da rein, so,